Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Seit gestern ist ja klar, Mike Büsgens ist Interimscoach für diese neuen Spiele, die noch ausstehen. Aber Fakt ist natürlich auch, ab Sommer soll ein neuer Coach her und diesen sucht natürlich Schalke nun natürlich auch. Klar ist aber auch, es hängt natürlich auch davon ab, in welcher Liga man am Ende spielen wird. Und somit gilt es, jetzt einen neuen Trainer zu finden und da ist natürlich ein Name immer wieder gefallen von Schalke-Fans, besser gesagt, also den man unter Anhängern von Königsblau immer wieder hört und das ist der von Roger Schmidt. Nach zwei Jahren wird er Paceway Eindhoven verlassen, da er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Dementsprechend wäre er jetzt eine neue Saison durchaus zu haben. Der erfolgreiche Coach wäre aber ohnehin eine für Schalke unrealistische Personalie. Immerhin wird die Liga-Zugierigkeit noch mehrere Wochen unklar sein, während der finanzielle Hintergrund alles andere als rosig ist. So wird denn der neue Ab-Sommertrainer mit einigen Kompromissen bei Spielern begnügen müssen. Alles andere als lockende Anreize für jemanden, der so oder so größere Angebote haben wird. Eine kleine Resortung bleibt den blau-weißen Fans, die ihn und seine Philosophie gerne auf Schalke sehen würden. Trotzdem, Schmidt gilt als großer S04-Sympathisant. In der Vergangenheit erklärte er, die Gelsenkirchener seien schon ein geiler Klub. Gepaart mit seiner Herkunft aus Kiersbe etwa eine Stunde von Gelsenkirchen entfernt und der Herausforderung als Trainer, wäre es zweifelsfrei eine sehr interessante Kombination. Darauf diesen Romantik-Aspekt, wie man ihn ja schon beinahe nennen muss, scheint kaum Verlass zu sein. So berichtet die BILD, dass der 54-Jährige schon jetzt anfragen, was England und Spanien vorliegen hat. So bieten sich weiter größere Aufgaben und liegen als die vermeintliche kleine zweite Bundesliga. Da er derartige Anfragen gegenüber alles andere als abgeneigt sein soll, lehne er auch ein etwaiges Engagement bei Hertha BSC ab. Es scheint also darauf hinaus zu laufen, dass Schmidt nach seinen erfolgreichen PSV-Posten in einer der größten Ligen Europas wechseln könnte. Dass eine solche Möglichkeit deutlich eher in Betracht zieht, als in dem lahmenden Schalke-Liga 2 zu sitzen, überrascht aber natürlich nicht. So werden sich einige SPV-Anhänger wohl von ihrer Wunschlösung für den Sommer verabschieden müssen, denn es ist einfach nicht realistisch, dass da irgendwas dran sein könnte. Wenn er kommt, umso besser, aber ich glaube, das Gerücht muss man nicht wirklich weiter aufmachen. Eure Meinung dazu? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!